Grüß Gott, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen. Wir sind jetzt in der Vorhalle von der Messe Nürnberg. Die Messe Nürnberg ist die größte Holzmesse, die wir eigentlich haben. Und vor allem ist hier, sie wechselt sich immer mit München ab. Und vor allem ist hier auch der Holzbau mit mit drin. So ist es jetzt heute mal spannend, was wir alle sehen. Ihr seht hier in der Vorhalle ist ein ganz tolles Gebäude mit einem ganz tollen Dach, wo wir oben haben, mit einem Glasdach, also einem Empfang. Wir haben auch schon sehr viele Gäste hier und wir wollen jetzt noch die einzelnen Stände mal besuchen. Und allem voran ist das also die größte Messe, alles was mit Holz und mit Fensterbau zu tun hat. Ob das mit Fenstereinbau oder mit Fensterbau zu tun hat, es ist immer die Frontale, die führendste Messe. So, ich verbleibe jetzt mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Bauschadensanalytiker Wilfried Bauer.